Hi, ich bin Nina, Bloggerin von Fashion Carpet und ich werde euch heute die neuen Spring-Shoe-Trends 2019 beraten. Und wir sehen hier schon ein perfektes Beispiel für einen tollen Frühlingslook. Pastellgehalten mit verspielten Rüschen und dann die Dad-Sneaker dazu als kompletter Stilbruch gestylt. Ein super cooler Hingucker-Look. Dieser Trend spaltet auf jeden Fall die Gemüter. Auch ich musste mich an diesen Trend erst gewöhnen, aber ich bin absolut Fan. Sobald die ersten Sonnenstrahlen im Frühling rauskommen, kann man natürlich auch zu etwas luftigeren und sommerlichen Kleidungsstücken greifen, wie zum Beispiel einem Rock. Im Frühjahr 2019 sind Beltbags, also Bauchtaschen, super angesagt. Und das Schöne ist eben auch, dass Kate Gray wieder hier ein Pärchen aus Schuh und Tasche kreiert hat. Ach super, die Bluse funktioniert auch richtig gut mit der braunen Buntfaltenhose. Wäre auch ein cooler Büro-Look, falls ihr euch gefragt habt, ob Dad-Sneaker auch im Büro funktionieren, auf jeden Fall. Wenn ihr in die Mittagspause rausgeht, schadet im Frühling auch nie ein schöner Hut. Und ich liebe den Look. Untertitelung. BR 2020